Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Gestern kam endlich der neue Patch raus, der einige neue coole Sachen reingemacht haben. Und wir haben schon die Information, was nächste Woche am 1. August auf uns zukommt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, ohne viel zu schnacken. Für all die heute den Glay-Bild erwartet hatten. Der verschiebt sich leider auf morgen, weil das Update einfach zu wichtig ist, die Infos, die wir hier bekommen haben. Also fangen wir jetzt an. Das Erste, was sich die Allermeisten gewünscht haben, ist, dass die Infiltrations-Respawn-Zeit von 5 Minuten auf 1 Minute reduziert wurde. Das heißt, ihr müsst bei so einer Infiltration hier, wenn ihr sie beendet habt, nur noch 1 Minute warten und keine 5 Minuten mehr. Das heißt, dass viele hin und her geportet zwischen den verschiedenen Gebieten ist auch endlich passé. Das war wirklich nervig. Man musste ja fast den Workaround machen, wenn man viel zocken wollte. Jetzt macht man den und dann, wenn ich hier mal ein bisschen weiter weggehe, seht ihr, sind das 1 Minute Wartezeit. Und glaubt mir, das geht richtig schnell vorbei. Ich hatte ja auch gedacht, 1 Minute ist immer noch so viel, aber 1 Minute ist so schnell vorbei. Super. Noch eine Sache, die ich super wichtig finde, damit habe ich gar nicht gerechnet, ist, dass ihr jetzt 1.500 Module Platz habt, anstatt nur noch 1.000. Gerade weil es ja 500 irgendwas an verschiedenen Modulen gibt. Und selbst wenn man dann immer alle jederzeit löscht, das sind dann immer so 300, 400 irgendwas, ist man echt schnell wieder voll gewesen. Und jetzt mit 1.500 Module natürlich auch für die Zukunft, wenn neue Module reinkommen, gewappnet. Aber jetzt 1.500 anstatt 1.000 finde ich auch sehr wichtig und richtig. Dann hatte ich beim letzten Mal mich leider vertan bei den Globussen. Ich hatte gedacht, hier bei dem Globus würde das Gold erhöht werden. Das ist aber falsch. Es geht hier um die Sondereinsätze. Hier wurde das Gold erhöht. Das heißt, hier könnt ihr mehr Gold rausbekommen. Ab und zu bekommt ihr auch so einen seltenen Drop, den ihr aufmachen könnt. Ich kann gerade mal gucken, ob ich auf Krampf einen habe. Und da wurde das Gold auch verzehnfacht. Ich habe leider gerade keinen. Das kennt ihr. Das könnt ihr hier finden. Und wenn ihr den dann öffnet, dann kriegt ihr, hat man bislang 10.000 oder 100.000 Gold bekommen. Das wurde jetzt erhöht auf 100.000 und 1.000.000 Gold. Die könnt ihr auch aus den Sondereinsätzen bekommen. Außerdem könnt ihr in diesen Sondereinsätzen jetzt auch leeren Splitter bekommen. Vor allen Dingen in den leeren Experimenten-Missionen. Dort könnt ihr auch leeren Splitter bekommen. Wie viel, weiß ich aktuell noch nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wird ganz cool zu sehen sein, wie viele es dann am Ende sind. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob ihr das schon gemacht habt und euch das aufgefallen ist, wie viele leeren Splitter man hier rausbekommt. Das war alles, was gestern reinkam. Jetzt kommen wir dazu, was nächste Woche am 1. reinkommt. Das, was wir alle schon wissen, natürlich Ultimate, Valby und Luna. Ultimate, Valby bekommt zwei Module, zwei rote Module, so wie ich es mir auch schon gedacht hatte. Und, äh, ne, Ultimate, Valby bekommt zwei Module, so wie ich es mir gedacht hatte. Und Luna bekommt zumindest in den Patch-Notes, die wir bekommen haben, auch nur zwei Module. Kann aber auch sein, dass sie nur zwei geteasert haben und dann am Ende nochmal zwei zusätzlich rauskommen. Die Valby-Sachen können wir uns natürlich schon mal angucken. Ein rotes Modul, Spiral-Tidal-Wave, ersetzt die Bubble-Ballet. Ich denke mal, äh, Bubble-Ballet. Bubble-Ballet, Zungenbrecher. Ich denke mal, das wird hier diese Waffe sein, die schwer zu zielen war durch ein Protil, das gerade ausfliegt. Spiral-Tidal-Wave zieht die Unreinheiten von Glatony an. Glatony, da kommen wir gleich noch zu. Und ist daher eine ausgereichtete Wahl zum Abfangen von Glatony. Äh, Glatony, ich kann schon mal vorweggreifen, das wird einer der neuen Endbusse sein, die nächste Woche kommen. Dann, äh, Hydro-Bombe statt Plop-Plop. Das wird das hier sein, äh, Plop-Plop. Ähm, statt Plop-Plop springt sie nach vorne und fügt Gegnern im Landebereich Schaden zu. Ich denke mal, ich stelle es mir so vor wie den Sprung von Ajax. Sehr, sehr cool. Je mehr Gegner sich im Waschzustand befinden, desto stärker ist der Schaden, was die Hochdruck-Bombe zu einem starken Todeschuss macht. Statt ins Wasser zu tauchen, springt sie freudig nach vorne. Stelle ich mir sehr cool vor, wenn das... Oh, das stelle ich mir sehr cool vor. Da bin ich sehr gespannt. Wird natürlich ein Modifikationsmodul sein, was nur für Ultimate Valve verfügbar ist, diese beiden. Und dann Luna. Äh, Luna wissen wir ja schon, da geht es viel um Musik. Luna wird sich sehr viel um Musik drehen. Und da haben wir auch schon zwei Module. Dazu kann man natürlich noch nicht so viel sagen, weil wir noch gar nicht die Attacken kennen. Aber, äh, eins wäre flinke Schritte, verbessert Lunas Beweglichkeit und vergrößert die Reichweite ihrer Leistung, was eine effektivere Unterstützung der Verbündeten ermöglicht. Hm, scheint irgendwie was mit Unterstützung zu tun zu haben. Und Noise Search verwandelt Luna in einen Unterstützer in einem Kampfverursacher. Okay, also sie ist angelegt als Unterstützerin und wird dann, ja, ein Schadensverursacher. Stürmt im Rhythmus auch Feinde zu und fügt Gegner in der Nähe Schaden zu. Wenn die Inspirationsanzeige voll ist, wird eine Stufe beschworen, um mentale Stärke und Schilfe herzustellen. Bieten sie ihren Feinden mit Noise Search ein furchterregendes musikalisches Erlebnis. Also bin ich sehr gespannt, was die beiden Module, ähm, auf sich haben. So, und dann kommen wir zu Gluttony. Ähm, das wird einer der neuen Bosse sein. Sie haben gesagt, in der einen, äh, hier von, ähm, Valby in dem einen Modul, dass er sehr gut wäre für Gluttony. Vielleicht ist das der erste Boss, der, ähm, gegen Attributlos schwach ist. Bin ich gespannt, weil sonst steht hier leider nichts dazu. Dort wird es auch neue externe Komponenten geben. Ihr kennt das ja hier, wenn ihr, in den Informationen, hab ich euch alles schon gezeigt, hier diese externe Komponenten könnt ihr überall bei einem der schweren Endbosse finden. Und auch bei Gluttony wird es ein neuen, ja, ein neues Set-Teil hier geben. Bin ich sehr gespannt, was dieses Set-Teil kann. Das wissen wir noch nicht. Außerdem neue, ultimative Waffen, die man dort auch sammeln kann. Und ich gehe mal auch davon aus, dass es irgendwas mit den roten Modulen dort zu, äh, sammeln gibt. Vielleicht die neuen roten Module für Luna und für Ultimate Valby. Dann gibt es eine neue, ultimative Waffe, der Friedensvermittler. Wenn Meditation notwendig ist, um Ingress Frieden zu bringen, ist die neue, ultimative Waffe Peace Mediator die perfekte Lösung. Diese mächtige Handkanone ist sogar mit Einzelschüssen effektiv, kann aber unter den richtigen Bedingungen auch eine Salbe von Kugeln abfahren, um eine gewaltige Feuerkraft zu liefern. Da bin ich, also bei den, bei den neuen Sachen bin ich natürlich immer sehr gespannt. Äh, ihr, denke ich mal auch. Kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen. Ein neues, ultimatives Modul, Arsch Concretion, bietet den Arsch Concretionseffekt, was auch immer das ist, der die Verteidigung und Mentalität beim Einsatz von Fähigkeiten erhöht, aber die Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffskraft verringert. Okay, also, die Verteidigung und Fähigkeitsstärke gehe ich davon aus, aber Bewegung und Angriffskraft wird weniger. Die ist besonders nützlich für Luna und Ajax und kann eine gute Wahl für Spieler sein, die Fähigkeiten stabil einsetzen möchten. Sie haben freie Wahl, kombinieren sie verschiedene Module, um ihre Einzeigen im Bild zu erstellen. Okay, und dann wird es auch nochmal richtig interessant, weil es auch Balance Updates gibt. Keine Sorge direkt vorab, es wird keine Nerfs geben, sondern hier geht es nur um Buffs. Gebufft wird Valby, was mit Ultima-Valby natürlich auch irgendwo Sinn macht. Blair, der sowieso sehr wenig gespielt wird. Und Freyna. Ähm, alle drei sollen wohl gerade mit den AOE-Attacken gebufft werden, bin ich sehr, sehr gespannt. Außerdem wird es auch Verbesserungen all den ultimativen Waffen geben. Ähm, gerade die Crit-Chance wird wohl erhöht und der Schaden. Ähm, Enduring Legacy, das ist, ich kann euch das einfach mal zeigen. Hier, Bleibendes Vermächtnis, Geheimer Garten und Nazaistras, ähm, Dingsbums werden, äh, gebufft. Bei Nazaistras kann ich das verstehen, auch beim Geheimen Garten kann ich es verstehen, weil Geheimer Garten, habe ich gerade freigespielt, ist, macht so eine Salve. Und hat eigentlich coole Effekte, ist aber an sich leider relativ, äh, schwach. Äh, beim LMG hier kann ich mir noch nichts darunter vorstellen, aber der Effekt ist ziemlich geil. Äh, wenn der auch nochmal gebufft wird, also das LMG kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Außerdem noch eine Änderung zu Gereks, ähm, Schicksal. Dort wird sein einzigartiger Effekt, äh, angepasst, dass er häufiger aktiviert wird. Und, äh, auch die Funktion der T von Einzelschusswaffen. Außerdem gibt es natürlich noch weitere, ähm, Neuigkeiten für Woche 5. Und ich muss mal, äh, zwischendurch sagen, ich finde es richtig cool, dass sie jede Woche irgendwie was Neues reinbringen. Wenn sie das beibehalten, dann wird es richtig cool, dass man sich einfach jede Woche auf was Neues freuen kann. Und jede Woche irgendwie was Cooles, Neues dazukommt. Finde ich sehr, sehr cool. Mit der nächsten Woche kommen dann auch endlich neue kosmetische Inhalte. Äh, das war ja jetzt die letzten 4 Wochen immer dasselbe. Und ab nächster Woche wird es dann auch neue Cosmetic geben. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das Ganze, wie gesagt, kommt am 1. August. Und, ja, das ist einfach richtig, richtig cool. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Äh, was diese Woche reinkam, natürlich sehr, sehr cool. Die Anpassung von 5 Minuten auf 1 Minute. Die 1500 Module. Aber auch nächste Woche mit Ultimate Valby. Mit den Anpassungen an Blair, Freyna und, äh, Valby. Ähm, Luna. Der neue Boss, der reinkommt. Neue Module. Also, so viel Stuff. Und wir sind noch nicht mal in Season 1, Leute. Das ist einfach so ein Patch, der reinkommt. Mit Season 1. Wenn das hier einfach so zwischendurch kommt. Wer weiß, was wir dann in Season 1 erwarten können. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn ihr nichts zu The First Descendant verpassen wollt. Dann gerne ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Like auf dem Video. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.